Hallo Leute, heute zeige ich euch einen Zauberner. Ich finde den Zauberner gleich noch gut. Erst zeigen wir euch den Zaubertrick und nachher zeigen wir euch die Erklärungen. Der Zauberer wird die Karte wiederfinden, was der gegenüber dem Spieler gezogen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Habt ihr es herausgefunden? Wenn nicht, dann kommt jetzt die Erklärung. Jetzt mischt die gegenüberste Person die Karten. Das dauert ein wenig. Die Person, die den Zaubertrick vorgeführt wird, mischt nochmal die Karten. Der Zauberer fächert die Karten der gegenübersten Person an. Die Person zieht eine Karte und merkt sie sich. In dem Fall die Karo 8. Über die Person steckt die Karte wieder ins Stapel rein. Und der Zauberer merkt sich die Karte, die er reingesteckt hat. Und steckt jetzt ein paar Karten nach oben. Und es war die Karo 8. Untertitelung des ZDF, 2020 Und das war das Ende von diesem kurzen Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.